Und herzlich willkommen zu dem wohl härtesten League of Legends Aram am heutigen Abend hier zusammen mit dem Herrn Blaze. Hallo und dem Rosamon. Jawohl. Wir spielen die Champions Maokai, Riven, Six, Xeon und Sivir und Blaze liest die Champions der Verlierer von rechts nach links vor. Von rechts nach links. Amumu, Varus, Shyvana, Kogma und Fiora. Wobei ob das das Verliererteam ist? Das wird verdammt hart werden. Wir gucken einfach mal. Ich habe trotz zwei Re-Rolls nur Maokai hinkriegt. Ja, wobei Maokai ist jetzt nicht schlecht. Du kannst halt seine schönen Saplings maxen und die halt schön in die Büsche verteilen. Ja, damit machst du aber keine Kills. Du nervst den Gegner, aber machst eigentlich keine Kills. Ja, aber Poken ist immer gut. Aber wir haben keinen Finisher dann, außer Sivir vielleicht. Naja. Wenn er es denn kann, aber er hat einen Skin. Stimmt. Ich nicht. Ich auch nicht. Hm. Aber wir haben vorhin ein Skin Battle gewonnen. Wir haben ein Skin, die 0. Also ich mache jetzt mal nur Setzlinge und dann mache ich auf dem Boden oder dieses Hochschleuner. Eine gute Frage. Und mich auch umschlagen zum Weglaufen. So, jetzt machen wir AP. Würde ich sagen, wir machen ähm... Magieresistenzkonzept für Magier-Reneration 4 erhöht. Äh, was machen wir denn? Kelch kaufen und daraus bauen wir was Schönes oder sowas? Ja, ne? Ich glaube, das würde ich sagen. So, machen wir das. So ein bisschen Tanky kann ich den ja auch bauen. Schade nie. So Tanky-AP mäßig oder so. Vielleicht entscheide ich mich auch nochmal oben beim Spielen. Ach so läuft das. Okay. Was denn? Ja, ich muss den Champ erst mal kosten, ne? Ich hab den noch nie gespielt. Ach du hast so ein komisches Randstürmen jetzt, ne? Ja. Ja, das ist die Ulti. Ja, ja, aber das... Lauf, 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 lauf. Ohhhh. Was? Ja, genau. Lauf, bam. Ah, okay. So läuft das. Meine Setzlinge werden die so nerven. Guck mal, ich verbrauche vor allem kein Mana. Ich hab mehr Mana, als ich da verbrauche durch die Setzlinge. Auch der Mumu hält nicht so viel aus. Noch nicht. Ich hab so viel Abziehungszeit auf die Setzlinge. Ja, das ist normal. Das ist wie mit Shaco und dem Boxen. Ja. Wie wir nicht vom Tower treffen lassen. Das kommt nicht gut. Nein, der rennt auf die Champions, äh auf die Monster. Ja, natürlich. Ja, ja, ich dachte ich schon weit genug drin, dass sie es nicht tun, aber... ...dem war wohl nicht so. Also ich hätte gerne einen alten Sion wieder, ne. Schön auf AP trollen. Aber nö. Na, hätte ich gerne. Na, hätte ich gerne. Das ganze ist ein klarer Fall vor und ist nicht. Hm. Na, das ist ein klarer Fall vor und ist nicht. Sowieso. Aber ich musste hier hauen, damit ich Leben wieder kriege. Kommen wir jetzt eigentlich mal zu Hause aus hier im Loch. Das ist für eine grüne Sitze. Sülze hier, wer macht die Angriff? Guck mal. Der kotzt am Boden, ne. Ah ja, stimmt. Der läuft aus. Oh, meine Dinger macht schon ganz schön ein bisschen Schaden. Ich bin ja gerade noch mit ein Kopfhörer, weil ich weiß, ob meine Jungs noch mal wach werden. Oh, mein Shin. Oh, mein Shin. In der vídeo- formaatisch. Im Kopfhörer, ne. Das ist alles. Oh, meine... Oh, mein Shin. Oh, meine Shin. In der siis. Oh, meine Shin. Oh, meine Shin. Oh, meine Shin. Also, meine Shin. Die mit dabei sind. No ... Oh, meine Shin. Ja, nein. Wir haben da jetzt auch schon wieder Oops. Oh, meine Shin. können dass wir das blatt können wir halten das nimmt uns keine mehr weg zielmann halt einfach weil ich es kann nicht oder kompletten Ich will eigentlich auf die anderen da hinten werfen, die ja lower sind. Ja, rennen! Ah, schade. Oh, fast tot. Hast du gesehen? Ja. Aber nur fast. Ich komme noch nicht so ganz mit deiner Kuh klar, ne? Weil das Problem ist, du kannst nicht hinsteuern so ungefähr, wo er quasi dieses Hochschlagen macht, sondern er muss in die Richtung gucken. Hier kriegt er euren Minion wieder. Oh, da hinten sind drei low. Und der rennt zum Falschen, verdammt. Ja, schon wieder diese Sulzi, ey. Das Sulzi. Und tschüss, du bist tot. Oh nein, ich wollte noch killen. Ich hole doch mal den Heal, bevor es wer anders tut. Mach ich. Boah, hier. Ist ja langsam die Schnauze voll von den ganzen Low-Life-Tutungen. Ich würde da jetzt zu gern reinchargen, ne? Oder so. Das geht immer, ne? Da kommt ein Kog mal angerannt. Da hat sie ihn zerrissen. Der Mumu ist auch fast tot. Du hast recht, das Poken mit meinem... Deswegen ist natürlich schon sehr nervig für die. Ich bin tot, bin da zu viel reingehakt. Wie gesenkt. Macht nix. Was? Quadra kill. Das geht immer gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Alle Gegenstände, Magie, Fähigkeitsstärke, äh, ein Buch kaufen wir uns. Aber die Ulti ist lustig von ihm. Man muss nur ein bisschen aufpassen, ähm, dass man nirgends wo gegen rennt. Ja. Sonst stoppt das Ding. Ja. Ich werde ja auch ergerult. Irgendwer von denen macht jetzt schon ein bisschen Schaden. Aber nur ein ganz klein wenig. Ah, das geht schon nicht. Oh, der Champ ist anstrengend. Warum habe ich ihn nochmal gewechselt? Ich weiß nicht, weil du Riven nicht wolltest. Ich wollte eigentlich Riven schon, aber bevor der liefst, so schlecht war es jetzt nicht. Ja, guck mal draus hier, weil das ist ja den extra Fristmann letztlich. Schade. Oh, wie schade. Mann. Ihr seid zu fies. Sehr schön. Ja, guck mal, wo du bist. Ich werde bis hier im Bus stehen. Der Baum muss in den Bus und dann schmeiß ich einfach das Ding an. Immer schön da hinten so plüppst. Okay. Ich habe schon ein Item zur Abwingszeitverringerung, aber es ist trotzdem noch ewig. Ich weiß, ich weiß. Ich muss sagen, ihr lasst ihn irgendwo nicht laufen, oder? Oh, der kommt. Guck mal. Das kommt. Hier. So, das ist das Ding sind gemacht. Ja, ich habe mein Schild schon hochgezogen. Nicht schön. Ich habe dir unser Silvier gerettet. Warum ich das gemacht habe, weiß ich eigentlich nicht. So, kann er, komm her, komm her. Hau dir ins Gesicht. So, dann kann ich das mal fertig machen. Ähm, dann kaufen wir uns am besten ein solches, ein solches, dass wir ein bisschen was aushalten hier. Und dann komme ich gleich mit Ulti gestürmt. Um ein bisschen Party zu machen da unten, ne? Sehr gut. Also Silvier macht schon ordentlich Party. Mhm. Moment, Party nix, weil da laufe ich die Minions. Ich glaube, ich versuche meine Sitzdinger schon, die ewig hinterher rennen. Nö. Schön so. Du weißt ja übrigens, dass der dich bei jedem vierten Auto-Attack hieß, ne? Ja, ja, das weiß ich. Und wenn die keine Minions gerade hier sind, dann... Oh, Gott. Oh ja, eins für drei ist auch okay. Eins für vier. Ne, eins für drei. So, dann kaufen wir uns mal die Merkel-Schuhe. Mach es wie passiv? Ja, genau. Jetzt machen wir sowas. Was machen wir? Das ist ganz gut. Und was mache ich hier raus? Ein Hextech? Nee. Och, komm. Also Zix. Wir machen das zu Hause, so. Was hat denn bei Zix gemacht? Er hat sich ja quasi treffen lassen. Das war nicht schön. So richtig schön, ne? Erst vom Tower und dann vom Varus Pfeil. Okay. Ja gut, an dem machen sie natürlich am wenigsten Schaden, ne? So. Mieten wir mal ein bisschen Heal. Ich will einfach nur mit Raupen machen. Ähm, okay. Der hat den Dreifachtelung gekriegt. Ach so, der Ding. Weiß nicht so. Warum habe ich so ein riesenblaues Viereck da unten auf dem Bildschirm? Weiß ich nicht. Das ist eine irgendeine Ulti von dem hier. Toll zu wenig Gold, um irgendwas zu machen. Naja. Das ist die, 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 äh, Shiva. Schön, noch Kill abgestoppt oder gut gemacht. Der Six. Und der Tower steht noch. Ja, wir haben sie ja stehen gelassen, weil sie gekillt werden wollen. Ach so. Wir haben ja deren Tauer auch stehen gelassen, so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Wir konnten ja nicht weitermachen, ne? Oh, an dem Bandagenkönig mache ich gar keinen Schaden. Ja, ist klar. Was hat denn der mittlerweile? Ja, der hat sich für ein Magic Reef nicht gekauft. Ist ja auch immer auf die Seite geht, wo ich da rumlauche. Natürlich. Hm, Suppe. Aber die Suppe macht mir nicht mehr so wirklich Schaden an mir. Hier, schenkt er was. Oh. Ich hab mich da jetzt nochmal gekocht. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Der Tower wird gleich immer von den Minions kaputt gemacht. Ja. Auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Im Prinzip brauchst du ja nicht erwarten, dass, 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 dass die, die, die wandelnden Bandage hier reingeht. Nein, da muss ich auch holen. Dann, dann, dann kommen die anderen alle, ne? Ja. 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 Aber eigentlich, hab ich sie jetzt quasi angelockt. Ich bin nur fertig, Mann. Aber, ich glaub nicht so ganz. Na, komm, sie wir. Jawoll. Und Sion. Die beiden S ist, 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 oh, der macht so viel Schaden. Oh, ist jetzt geschafft. Wow. Nice. Zweimal überlebt. Alles gut. So, ich brauch jetzt unbedingt. Ich hab ja auch noch mehr Leben. Noch ein bisschen mehr Death. Dann hab ich mit meinem Porosnack fertig. Was? Porosnack? Äh, ich glaube, ich werde mir mal das hier gönnen. Das zeigt mir, der Poros wird sie Gold. Bei, bei Reilis. Nein, gar. Na, komm. Fünf Gold. Bringt mich in den Wald zurück. Warum, wo die sich eigentlich jetzt hier sind, weil gelaufen? Ja, ich bin schnell gelaufen. Ja, das ist ja gerade für mich voll lustig aus. Stimmt der von aus dem Busch da raus. Ja. Ja, wer kann, der kann, ne? Ja. Aber zumindest haben wir den Power schon mal. Nein, nein. Es wird ein längeres geben. Es wird ein hartes geben. Haben wir ja vorher gesagt. Obwohl es immer noch gut für uns aussieht. Ja, solange du ja Tanks kann und der Badage nicht angefangen kommt ist, bleib ich draußen. Ja, alles gut. Ich gehe eh mit dem relativ auf Tanks, sag ich mal. Wir brauchen da auch ein bisschen, was das aufhält. Ja, ein bisschen hab ich ja auch, aber. Das bringt der Schempf halt so mit sich, ne? Lauf, mein Setzling. Bäm. Schön. Ich würde da jetzt zu gerne reingehen, ne? Dreifach-Tötung. Hast du jetzt ernsthaft noch überlebt? Natürlich. Aber dann rennt er nicht richtig hinter dir her. Oh mein Gott. Wie schlecht. Ach, mal ein bisschen mehr Rüstung. Leben kaufen noch. Ist immer gut. Reiß den Tau ein. Hat er gerade Bitches geschrieben? Richtig. Normaler Bitches. Ja, gell. Wieso konnte ich eigentlich meinen Q schon bitte nicht nutzen, ne? Ich weiß nicht, wie dein Q funktioniert. Ne, ich kann im Moment Q auf der Tastatur gar nicht drücken. Ah ja, das ist... Hatte ich ja auch schon mal. Die, du bist. Das ist gerade mein Problem, ne? Ja, hast jetzt kein Q mehr. Super. Kannst du, du musst du die Taste umlegen, jetzt schnell. Nö. Weiß ja nicht, wie wichtig dein Q ist. Ich muss jetzt mal einen hochwerfen. Ah ja. Du weißt jetzt, dass das so stehe ich ab und zu echt liegt, ne? Das hatte ich ja auch schon mal. Und weg. Alle waren weg. Boah, irgendwas macht. Oh, er hat es überlebt. Die Saudi. Jetzt haben sie aber was falsch gemacht. Ich kann immer noch nicht benutzen. Ich kann auch meine... So, egal, wir leben alle noch. Wir machen die auch so fertig. Was kannst du nicht drüber tun? Meine Ulti. Ich bin halt jetzt ohne, dass du irgendwas machst. Sagst du so leicht, ne? Vielleicht muss ich auch mal sterben. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Na, guck mal, du hast in die Falschrichtung ausgesucht. Oh, was ist denn hier oben? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich aufgepasst. Kommt davon. Oh, eine gegnerische Vierfachtrüftung. Ja, dann gehe ich mal weg, ne? Ja, please, kass mich mal. Ich werde dir einen Pentakill geben. Ich hoffe mal, ich darf jetzt wieder. Nö. Nö. Komm, der bliegt jetzt nach dem. Der hat Lust zu gehabt, wa? Also, wir müssen auf jeden Fall keine Ulti mehr. Kein Q mehr. Vielleicht mal probieren. Können wir raustappen und wieder reintappen? Probieren wir mal. Geht auch nicht. Das stresst mich jetzt irgendwie so ein bisschen. Verständlich. Da oben ist jetzt jetzt wegen auf Doom. Weißt du, ich kann das nicht mal mehr über die Taste anständig benutzen. Kannst du nicht mit der Maus draufklicken? Nö, ich kann nicht mehr mit der Maus draufklicken. Nö, ich werde das auch schon machen. Das ist echt ätzend. Da muss man mal Riot was machen gegen. Ja, das wäre echt nice, ne? Wäre echt nice. Ich bin mir drücklich auf. Die Gegner nicht. Ich bin okay, ey. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ich. Och, der hat dich doch getönt, der Mensch. So, jetzt müssen wir angreifen. Zwei von denen fehlen. Hey, was geht wieder? Was geht wieder? Ich hoffe, wir haben es von auf Smart Cards gestaltet und wieder auf Normal Cards. Okay. Time vielleicht wieder zu gehen. Hoffe ich jetzt mal. Die Pio aufpassen. Ja, so eine gute Auseinander ist da sehr schön. Jetzt haben sie keine Chance, wenn die Pio fehlt, was soll sie machen? Nicht ohne Creeps. Warte nicht. Ist halt nicht so gut, ne? Warte nicht. Wir sterben doch trotzdem. So langsam nach und nach. Aber der Ulti geht auch wieder. Ja. Nein, der Tower ist kenne. Könnt ihr nicht mehr gut machen? Geht weg vom Tower, der hinten ja initiiert hat. Und weiter? Ja. Das ist Piora, ne? Mach mal den Tower kaputt, damit er ein wenig auf uns schießt. Der braucht noch einen Hit. So. Also sieh, wenn ich halt nicht hab, ne? Er steckt schon gut was weg. Und wenn er tot ist, na, er ballert halt noch so viel Schaden raus. Aber ich glaub, unser Six-Stück gerade. 750 Gold bräuchte ich jetzt. Also ich bräuchte noch 150 Gold, ja. Ich hab jetzt Sunflyer gekauft. Sunflyer? Sunflyer. Flyer away, my little sunshine. Ich wollte gerade stürmen, ne? Jetzt mal gemacht. Aber ich hab's mir, ich hab's mir verkniffen. Hehehe. Die Piora hinter uns ist immer noch. Immer noch? Ein Gegner wurde getötet. Haben nur wir weit überlebt, wa? Reicht das nicht? Doch. Im Prinzip schon. Shyvana, Shyvana lebt noch. Ja, die Six ist doch auch da. Ach stimmt. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Nach ihm rein. Einfach fertig machen. Lustige Chill. Gewonnen. Bis zum nächsten Sieg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.